Es ist der schönste Tag im Leben von Mann und Frau. Man geht vor den Altar und gibt sich das Ja-Wort. Und somit entsteht eine im besten Fall lebenslange Verbindung zwischen diesen beiden Menschen. Sie versprechen sich, sich zu lieben und ihre Beziehung zu hegen und zu pflegen. Doch was ist eigentlich der Sinn der Ehe? Warum heiraten Menschen überhaupt? Und wozu dient das? Was muss man in der Ehe beachten? Und darf man eine Ehe eigentlich auflösen? All solche Fragen werden heutzutage manchmal gestellt, manchmal aber auch nicht. Die Ehe, und das wird heute allerdings oftmals aus dem Blickwinkel gedrängt, ist in der Bibel und ist, wenn man sich das ansieht, was man sich beim Ehegelübde, beim Eheversprechen auch tatsächlich verspricht, ein Bund fürs Leben. Das bedeutet, man sollte die Ehe nicht trennen, denn man heiratet ja nicht, um sich dann wieder zu trennen. Die Hochzeit geschieht ja im Einvernehmen von beiden Seiten, die sich heiraten. Das bedeutet, es macht eigentlich wenig Sinn, eine Ehe aufzulösen, denn wenn man eine Ehe eingeht, wenn man eine lebenslange, treue Beziehung einem Menschen verspricht, dann ist ja der Sinn dahinter, dass man diesen Menschen auch wirklich leiden mag, beziehungsweise dass man eine enge Verbindung mit diesem Menschen hat. Man heiratet ja im Normalfall nicht irgendwen. Aber es gehört halt auch zur Realität, dass diese Welt selbstverständlich vom Sündenfall voll erfasst ist. In dieser Welt läuft einiges nicht rund, weil leider heutzutage oftmals das Wort Gottes aus dem Blickwinkel gerät und dafür die Gelüste mancher Menschen doch den Vorrang gewinnen. Die Ehe wurde erstmals von Gott in der Schöpfungsordnung eingeführt und von Gott als unveränderliche Grundlage für das menschliche Leben gegeben. Die Ehe existiert, damit die Menschheit durch sie Gott dienen kann, durch Kinder, durch treue Intimität und durch ordnungsgemäß geordnete sexuelle Beziehungen sowie durch die Erziehung und die Hervorbringung neuer, guter Menschen. Diese Vereinigung basiert auf der Vereinigung Gottes mit seinem Volk, das seine Braut ist, Christus mit seiner Kirche. Innerhalb der Ehe sollen die Ehemänner die Rolle des aufopferungsvollen Hauptes und die Ehefrauen eine Haltung des Respekts und der Ergänzung der Ehemänner einnehmen. Diese Institution weist auf unsere Hoffnung hin, dass Christus zurückkehrt, um seine Braut zu beanspruchen, und macht die Ehe zu einem lebendigen Bild des Evangeliums der Gnade. Zunächst einmal schauen wir uns die Natur der Ehe an. Die Ehe ist eine Institution der Schöpfungsordnung Gottes und wurde sinngemäß und sinnhaftig von Gott entworfen und eingerichtet. Wenn Kulturen Ehefragen diskutieren und die Ethik sexueller Beziehungen diskutieren, gibt es eine grundlegende Kluft zwischen denen, die die Ehe im Wesentlichen als eine von Gott gegebene Sache betrachten und denen, die sie als kulturelles Konstrukt betrachten. Das mit dem kulturellen Konstrukt ist aber per se Blödsinn, denn wir sehen ja, dass die Ehe als Bund vor Gott wahrgenommen wird. Als Jesus in Matthäus 19 eine Frage zur Scheidung gestellt wird, bekräftigt er zunächst die Lehre aus dem Buch Genesis, Kapitel 1 und 2. Habt ihr nicht gelesen, spricht er in Matthäus 19, 4-5, dass der, der sie von Anfang an erschaffen hat, sie als Mann und Frau geschaffen hat, Genesis 1, 27, und gesagt hat, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau festhalten und sie werden ein Fleisch, Genesis 2, 18. Indem Jesus uns zur Schöpfung zurückführt, bekräftigt er, was die Genesis lehrt, dass die zweigeteilte Sexualität des Menschen, geschaffen als Mann und Frau und die Institution der Ehe eine Gegebenheit Gottes sind. Dies ist gegeben im doppelten Sinne von gegeben und nicht verhandelbar und als Geschenk gegeben. Die geschaffene Ordnung ist im Laufe der Geschichte nicht verhandelbar und Teil von dem, was weder die Schrecken des Zufalls noch der Einfallsreichtum der Kunst stürzen können. Es definiert den Umgang unserer Freiheit und die Grenzen unserer Ängste. Die Ehe ist also eine gute und stabile Institution. Menschliche Kulturen mögen vielleicht versuchen, es neu zu erfinden oder umzugestalten, aber unter Gott steht es als unveränderliche Grundlage für das menschliche Leben. Die Ehe hat natürlich viele kulturell unterschiedliche Ausdrucksformen. Menschen gehen durch verschiedene Zeremonien und Rituale eine Ehe ein und heiraten auf unterschiedliche Weise. Aber ihrem Wesen nach ist die Institution der Ehe Teil der geschaffenen Ordnung. Aus diesem Grund können wir der Bibel ihren Zweck und ihre Definition entnehmen. Die Ehe ist biblisch fundiert, denn wir haben das ja alles im Blick. Wir haben im Blick das, was die Bibel über die Ehe sagt und das, was teilweise in der Welt aus der Ehe gemacht wird. Doch diesen weltlichen Mist, den tun wir beiseite. Denn in der Welt, und ich denke, das ist nicht schwer zu erkennen, regiert auch leider heutzutage der Satan. Nicht, weil der Satan so stark ist, sondern weil der Mensch den Satan so stark macht. Und zwar dadurch, dass er sich von Gott entfernt. Denn der Satan an sich ist ja nur so stark, wie der Mensch es ihm zugesteht. Und am stärksten ist er, wenn der Mensch dies leugnet. Aber zurück zur Ehe. Die Ehe ist geschaffen, damit wir Gott durch Kinder, durch treue Intimität und durch ordnungsgemäß gestaltete sexuelle Beziehungen dienen können. Es ist also sowohl theologisch wichtig, als auch pastoral hilfreich, die Frage zu stellen, zu welchem Zweck hat Gott die Ehe geschaffen. Wir beginnen natürlich mit der Frage, welche Hoffnungen und Ambitionen ein bestimmtes Paar haben könnte, wenn es die Ehe eingeht. Aber bevor wir dies tun, ist es grundlegend zu fragen, warum Gott die Institution Ehe überhaupt geschaffen hat. Die Bibel lehrt drei Hauptantworten auf diese Frage. In Genesis 2,15 heißt es, Der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bewirtschaften und zu bewahren. Der Mann ist der Gärtner, er ist Wächter und Bauer im Garten Gottes. In diesem Zusammenhang lesen wir in Genesis 2,18, dass Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich werde einen geeigneten Helfer für ihn bereitstellen. Ein sorgfältiges Studium der Heiligen Schrift zeigt also, was der Kontext hier nahelegt. Nämlich, dass das Problem mit der Einsamkeit des Mannes nicht in einer beziehungsbezogenen Einsamkeit liegt, sondern vielmehr darin, dass es eine zu große Aufgabe gibt, die es eben zu bewältigen gilt. Der Mann braucht nicht so sehr einen Begleiter oder Liebhaber, obwohl die Frau einer sein wird, sondern einen Helfer, der ihm bei der Bewachung und Bewirtschaftung des Gartens Eden zur Seite steht. Wenn man dies anerkennt, dann wird das Studium, verwandelt sich das Studium der Ehe von einer Überlegung darüber, was uns gefällt oder was wir genießen, in einer Fokussierung auf das, was den Absichten Gottes dient. Paradoxerweise sind die sichersten und glücklichsten Ehen diejenigen, die nach außen blicken, um ihre eigene, oft erdrückende Selbstbezogenheit oder introspektive Paarung oder Paarschaft hinaus hin zum Dienst an Gott und anderen in Gottes Welt durch die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Unter dieser übergeordneten Überschrift des Gottesdienstes können wir die drei traditionellen biblischen Güter der Ehe einordnen. Zeugung, Intimität und soziale Ordnung. In Genesis 1,27-28 ist die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau unmittelbar mit dem Segen verbunden, dass wir fruchtbar sein und uns vermehren und die Erde füllen und sie uns unterwerfen und über sie herrschen sollen. Das heißt, der erste Weg, auf dem die Ehe zum Dienst Gottes führt, ist die Zeugung und dann die göttliche Erziehung von Kindern. Kinder sind ein Segen Gottes. Nicht jedem Ehepaar, klar, wird dieser Segen zuteil. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das ein Grund zur Traurigkeit. Eine Ehe ist immer noch eine Ehe und kann Gott zutiefst ehren, auch ohne Kinder. Aber die Zeugung von Kindern ist trotzdem ein aufopfernder Segen. Unser Gebet ist, dass Kinder in der Zucht und Unterweisung des Herrn Epheser 6,4 aufwachsen und in der Sprache von Genesis 2 mit Gärtner unter Gott werden, um sich um seine Welt zu kümmern. Also in anderen Worten, die Ehe bringt eine vertrauenswürdige Bindung zwischen zwei Menschen, die sich lieben und die miteinander können, ein. Und diese beiden Menschen nutzen dann ihre natürlichen Anlagen dazu, weitere Generationen in die Welt zu setzen, die Gott dienen. Und dazu ist selbstverständlich die Erziehung notwendig. Der Vater, der dem Kind beibringt, wie es in der Welt zu überleben hat, und die Mutter, die die soziale Komponente diesen Menschen beibringt und auch den nachwachsenden Generationen durch ihr mitfühlendes Herz beiseite steht. Das ist ein Zweck der Ehe. Sexuelles Verlangen und Freude in der Ehe werden in der Heiligen Schrift wunderbar bestätigt. Sprüche 5, 18 bis 19, dem Hohelied zum Beispiel auch. Die Güte der Ehe zu leugnen bedeutet selbstverständlich, sich auf die Seite der Schlange im Garten Eden zu stellen, wenn diese die Güte Gottes in Frage stellt. 1. Mose 3, 1. 1. Timotheus 4, 1-5 Die Beziehung des Bundesgottes zu seinem Volk wird als eine Ehe dargestellt, in der der Herr, der Ehemann und das Volk Gottes seine Braut ist. Zum Beispiel Jesaja 62, 5 Im Neuen Testament erhält dieses Thema eine neue Bedeutung als die Hochzeit Christi des Bräutigams mit der Kirche Christi seiner Braut. Siehe zum Beispiel Epheser 5, 22 bis 33. Sexuelle Intimität innerhalb der Ehe dient also dazu, Gott zu dienen, indem eine Beziehung Gottes fürchtiger Freude und Treue aufgebaut wird, eine Intimität, die die eskatologische Intimität widerspiegelt, die die gesamte Kirche Christi mit Christus ihrem Bräutigam genießen wird. Die Bibel ist realistisch hinsichtlich der Macht des sexuellen Verlangens, sowohl männlicher als auch weiblicher und der Möglichkeiten von Chaos und Unordnung, die aus diesen Wünschen entstehen, wenn sie nicht in Gottes rechter Ordnung kanalisiert werden. Das Verbot des Ehebruchs im siebten Gebot, 2. Mose 20, 14 fungiert als Spitze eines Eisbergs an Lehren im Alten und Neuen Testament, die sexuelle Unmoral jeglicher Art verbieten. Jede sexuelle Intimität, die außerhalb der ehelichen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau liegt, fällt unter die biblische Definition von sexueller Unmoral. Warum sexuelle Unmoral, warum Unzucht, könnte man jetzt fragen. Mann und Frau sind extra so konzipiert mit ihren Geschlechtsorganen, mit ihren Körperbauplänen, dass sie ein Bündnis miteinander eingehen können und dass dieses Bündnis weitere Generationen hervorbringt und den natürlichen Kreislauf ankurbelt. Per Definitionem ist somit jedes Verhalten, das sich außerhalb des Verkehrs und der Beziehung zwischen Mann und Frau bewegt, ein anatürlicher Vorgang. Das bedeutet, es hat nichts mit Hass zu tun, wenn wir Dinge verurteilen, wie zum Beispiel homosexuelle Beziehungen oder anderweitige Perversionen der Ehe, sondern es ist ein rein natürliches Ding, zu zeigen, dass es Verhaltensweisen in der Natur gibt, die für uns weder fruchtbringend noch gut sind, sondern teilweise im Gegenteil sogar schaden. Jetzt könnte man sagen, naja, warum gibt es dann solche Formen wie Trans- und Homosexualität und LGBTQ zum Beispiel. Die LGBTQ-Bewegung ist ein sehr gutes Beispiel für die Perversion der heutigen Gesellschaft. Denn wenn wir uns diese armen Seelen anschauen, die da aktiv sind, dann werden wir relativ schnell eine Sache feststellen. Diese Menschen sind teilweise engstirnig und indoktriniert. Wenn sie auf das Christentum nur angesprochen werden, reagieren sie oftmals mit Hass. Selbstverständlich ist das nicht in allen Fällen so, aber das lässt sich ziemlich leicht erklären. Diese Menschen sind indoktriniert und akzeptieren nichts. Traurig ist dabei aber eine Sache ganz besonders. Denn diese Menschen werfen Christen oftmals vor, sie seien Fundamentalisten und indoktriniert. Selbst aber akzeptieren sie nichts anderes. Beispielsweise, wenn es ums Gendern geht. Jeder müsste jetzt plötzlich anstatt Mitarbeiter oder anstatt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich Mitarbeiter Sternchen innen schreiben. Dies ist nicht nur eine Zerstörung der heutigen Sprachkultur und lässt das generische Maxculinum vollkommen außer Acht, das Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang funktioniert hat, ohne dass sich eine Frau diskriminiert gefühlt hat, sondern solche Verhaltensweisen zeigen vor allem eine Sache auf, dass wir uns in eine vollkommen falsche Richtung entwickeln. Es gibt längst Studien, die längst aufgeräumt haben mit dieser satanischen Lüge, Homosexualität sei angeborenes und vollkommen normales Verhalten. Homosexualität, Transsexualität, Intersexualität, alle möglichen Formen und Ausprägungen der LGBTQ-Bewegungen sind Erfindungen, sind Erfindungen des modernen Menschen und damit stellen sie unweigerlich eine Perversion der natürlichen Ordnung dar. Denn wir haben es bei Mann und Mann und Frau und Frau bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen mit Beziehungen zu tun, die schon allein aus, wenn wir die ganze Religion mal weglassen und rein evolutionär argumentieren würden, die natürlichen Kreislauf stören. Denn im natürlichen Kreislauf gibt es Zweckmäßigkeiten, ob das einem materialistischen Darwinisten nun passt oder nicht. Und die Zweckmäßigkeit des Designs und des Körperbauplans von Mann und Frau und des Konzeptes ihrer Geschlechtsorgane ist darauf ausgelegt, weitere Generationen hervorzubringen und somit den natürlichen Kreislauf anzukurbeln, Leben möglich zu machen. Alles, was sich außerhalb dessen bewegt, ist per Definitionen und rein logisch gesehen schon etwas Wiedernatürliches, etwas Nicht-Natürliches, etwas Naturell-Falsches. Das Argument mit den Tieren kann man dabei nur schlecht vertreten. Denn im Tierreich sind zur Ankurbelung des natürlichen Kreislaufes bei Tieren, die kein hochentwickeltes Bewusstsein haben wie wir Menschen, auch Dinge verbreitet, von denen wir sagen würden, dass es sich um Perversion handelt. Da gibt es zum Beispiel den Kuckuck, der seine eigenen Kinder aus dem Nest wirft. Sollen wir jetzt unsere Kinder alle aus dem Fenster werfen, nur weil ein Tier das macht? Das eine ist ein biologischer Nutzen der Biodiversität der Tiere. Das andere ist das menschliche Zusammenleben und die soziale Interaktion der Menschheit. Und beide sind selbstverständlich gesondert zu betrachten. Ansonsten müssten wir ebenfalls anfangen, unsere Freunde zu essen, um zu überleben. Dass das selbstverständlich vollkommener Unfug ist, wissen wir. Aber leider kann man es heutzutage nicht häufiger betonen, aber leider, wenn man sich auf die Seite der Natur stellt, gilt man ja heutzutage als intolerant und rechtsextrem. Ich bin ja wohl wirklich der Letzte, der solche Querdenker- Verschwörungstheorien verbreiten würde. Aber wer nicht dem Einsehen folgt, dass es alles andere, außer der Verkehr zwischen Mann und Frau etwas wieder natürliches ist, der ist nicht tolerant, sondern der verschließt seine Augen vor den Tatsachen. Und das macht ihn doch selbst zu einem verbohrten Fundamentalisten. Wie kann man dann sagen, dass Christen Fundamentalisten sein und verbohrt sein? Christen sind interessiert an der Wahrheit und wenn Jesus Christus die Wahrheit ist, ist das das Wichtigste der Welt. Insofern kann davon nicht die Rede sein. Eine weitere Sache, die ich noch ansprechen möchte, bevor wir noch weitermachen mit der biblischen Betrachtung der Ehe. Wenn wir sehen, dass Homosexualität nichts natürlich Angeborenes ist und es kein Gen für die Homosexualität gibt, dann muss es doch eine rein kulturelle Entwicklung sein. Wenn wir teilweise LGBTQ Kindergärten haben, wo Menschen von Anfang an indoktriniert werden mit diesem Gedankengut, dann hat man diese Menschen dahin gelenkt. Es gibt aber viele Transsexuelle, die nach ihrer Operation, ihrer sogenannten geschlechtsumwandelnden Operation, das Ganze bereuen, weil es eben medizinische Nachteile bringt. Und der Nachweis, dass all diese Formen indoktriniert und aufgrund einer kulturellen Entwicklung geschehen sind, nach dieser Einsicht sollten wir uns einer Sache bewusst werden. Dass es gefährlich ist, wenn wir einem Menschen einreden, er sei ein Kühlschrank, weil er fest behauptet, felsenfest behauptet, er sei auch ein Kühlschrank. Früher hat man mit den Menschen das gemacht, was man auch heute damit tun sollte. Man hat sie in eine psychiatrische Klinik verwiesen, wo Fachleute ihnen wirklich helfen konnten. Man hat ihnen nicht sündhaft teure Umoperationen angeboten. Und wenn heutzutage Menschen mir allen Ernstes sagen, sie möchten ab sofort, obwohl sie Männer sind, als sie oder als es oder als sonst irgendetwas angeredet werden, dann muss ich ganz einfach sagen, dass das eine Spinnerei ist und nichts anderes. Denn das geht über alle Maßen hinaus. Und all das sollte schon allein deshalb nicht kritiklos hingenommen werden, weil es ins Verderben führt. Früher war das auch nicht so weit verbreitet. Heutzutage wachsen die Zahlen, weil es halt eben gerade in Mode ist. Aber wenn jemand als Mann auf die Welt kommt und sich einbildet, er sei im Körper einer Frau gefangen, dann ist da keine Operation die Lösung, sondern einzig und alleine eine Psychotherapie. Und wenn ein Homosexueller sich von diesen ganzen homosexuellen Einflüssen ernsthaft fernhalten würde, dann wäre es auch nicht so schlimm. Heutzutage aber schauen sich die Menschen Pornos an, schauen sich die Menschen irgendwelche Sexfilmchen oder sonst irgendetwas an. Irgendeinen Mist ziehen sie sich rein, der halt nichts mehr damit zu tun hat, worum es eigentlich geht, um die Aufrechterhaltung des natürlichen Kreislaufs, um es mal evolutionswissenschaftlich zu sehen, zu sagen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nackten Frauen beim Strippen zusieht, sich daran auch noch aufgeilt und sich dann fühlt, als wäre man der Größte. Oder wenn man einfach nur zum Spaß einmal für eine Nacht mit jemandem ins Bett steigt. Was soll das? Was bringt einem das? Die Befriedigung der eigenen Gelüste kann man innerhalb der Ehe ebenfalls machen. Aber da schützt man sich auch noch effektiv vor Geschlechtskrankheiten und allein mit Seifer-Sex ist es da nicht getan. Aber wir schweifen vom Thema, aber ich wollte es nur noch mal gesagt haben, dass es einfach gewisse sexuelle Unmoral gibt, die halt einfach wirklich Unmoral ist. Und wie gesagt, jede sexuelle Intimität, die außerhalb der ehelichen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau liegt, fällt unter die biblische Definition von sexueller Unmoral und auch der rein natürlichen. Die Bibel schützt Nacktheit, sexuelle Nacktheit im Zusammenhang mit sexueller Erregung und verbietet damit Pornografie, Vergewaltigung, Missbrauch von Frauen, Sex zwischen einem Mann und einem Mann, zwischen einem Mann und vielen Frauen, zwischen einer Frau und einer Frau, zwischen einer Frau und vielen Männern und zwischen Menschen und Tieren. Und da verschwimmt ja die Grenze im sogenannten Rotlichtmilieu. Das Rotlichtmilieu ist einfach nur unmoralischstes Verbrechertum und gehört eigentlich längst staatlich verboten, unterbunden und zerschlagen. Jeder, der in diesem Gewerbe arbeitet, sollte sich einen vernünftigen Job suchen. Diese Jobs im Rotlichtmilieu gehören strengstens verboten. Sie führen zu nichts, außer, dass man Geld ausgibt und dann auch noch über den Tisch gezogen wird. Das lohnt einfach nicht. Die Ehe ist die freiwillige, sexuelle und öffentliche soziale Vereinigung eines Mannes und einer Frau aus verschiedenen Familien. Diese Vereinigung basiert auf der Vereinigung Gottes mit seinem Volk, dass seine Braut ist Christus mit seiner Kirche. Die Ehe ist eine freiwillige Verbindung. Die Bibel verurteilt ausdrücklich Vergewaltigung und Zwangsheirat, zum Beispiel in Samuel 13,14. Ein Mann und eine Frau müssen ihr Einverständnis zur Heirat geben. Mit dieser Zustimmung vereinbaren sie, einander alles zu geben, was sie als sexuelle Wesen sind. 1. Korinther 7,2-4. Das ist auch die Lösung für das Problem der sexuellen Gelüste, von denen man sich unabhängig davon auch fernhalten kann, wie es Mönche tun, wenn sie sich abschirmen von der sündhaften Welt. Dann werden sie oftmals als weltfremd abgestempelt, aber wenn weltfremd bedeutet, dass man sich entfremdet von den Perversionen, die in der Welt aktuell vor sich gehen, von Krieg, Unzucht und vielen anderen schmutzigen Geschäften, dann ist weltfremd doch das einzig Vernünftige, oder nicht? Eine solche Zustimmung sollte mit einem gewissen Verständnis für die Natur, der Ehe erteilt werden, die beide betreten. Während die Intimität privat ist und sein muss, muss die Verbindung zwischen den beiden Menschen öffentlich sein. Der Mann und die Frau geloben vor Zeugen, dass sie einander treu bleiben werden, bis einer von ihnen stirbt. Bei unverheirateten Lebensgemeinschaften herrscht Unklarheit darüber, worüber Mann und Frau sich geeinigt haben. Oft gibt es unterschiedliche Verständnisse zwischen den beiden, aber wenn ein Mann und eine Frau heiraten, gibt es keine solche Unsicherheit. Jeder hat vor der Gesellschaft, in der er lebt, öffentlich seine lebenslange Treue geschworen. Bis heute halten übrigens 67% aller Ehen, die geschlossen werden, immer noch lebenslänglich. Dass es also möglich ist, zeigt sich. Aber leider geben sich viele ihren sexuellen Gelüsten hin, gehen fremd oder tun Sonstiges und pervertieren somit die natürlichen Angeborenen, die natürlich angeborene Fähigkeit und Lust des Menschen zum Sex. In einer gesunden Gesellschaft bedeutet also Treue, lebenslange Treue dieser Schwur, dass einem Ehepaar gesellschaftliche Unterstützung gewährt wird. Ein Ehemann oder eine Ehefrau, die eine Ehe zerbricht, hat gesellschaftliche Kosten zu tragen. Die Ehe findet zwischen einem Mann und einer Frau statt, so hat Gott die Menschheit auch erschaffen. Die Ehe findet zwischen einem Mann und einer Frau statt, und zwar nur zwischen einem einzigen Mann und einer einzigen Frau. Polygamie wird im Alten Testament zwar erwähnt, aber nie bestätigt. Und nur weil viele bedeutende Propheten dies früher taten, heißt das nicht, dass es automatisch gerechtfertigt ist. Denn Gott hat dies erstens nie gerechtfertigt und zweitens ist als die sündige Vergangenheit vor dem Bundesschluss mit Gott gesehen. Das bedeutet, das ist der Weg der Sünde. Jesus bekräftigt natürlich ausdrücklich die Genesis Berichte von einem Mann und einer Frau, zum Beispiel Matthäus 19, 5-6. Nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Sie vereinigen sich zu einem Leib in Christus Jesus. Und allein durch die Formulation nicht mehr zwei zeigt sich, dass Jesus selbstverständlich davon ausging, dass ein Mann und eine Frau diesen Bund miteinander eingehen und so zu einem Leib in Christus verschmelzen. Die Bibel verurteilt konsequent Inzest, also sexuelle Intimität zwischen Menschen, die zu eng miteinander verwandt sind, sei es durch Blutsverwandtschaft oder durch Heirat. Leviticus 18 ist der klarste und nachhaltigste Text des alten Bundes, der sich mit dieser Frage befasst. Und der Apostel Paulus verurteilt in seinem ersten Korintherbrief Kapitel 5 klar die sexuelle Beziehung eines Mannes zu seiner Stiefmutter, womit ebenfalls klar ist, dass sowohl im alten als auch im neuen Bund diese Art der Beziehung schärfstens verurteilt wird. Natürlich gesehen kann Inzest zu vielen Schädigungen führen und rein natürlich ist ein gewisser Schutz einprogrammiert, dass man sich nicht gerade in seine Schwester verliebt. Manche geben sich aber weltlichen so kranken Fantasien hin, dass sie sich dahin hinein verirren. Christen waren sich nicht immer einig, weder über die Beweggründe, die den Inzestverboten zugrunde liegen, noch darüber, wo genau die Grenzen gezogen werden sollten. Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass der Grund dafür darin besteht, den Familienkreis vor den destruktiven Verwirrungen zu schützen, die entstehen, wenn jemand einen Namen Verwandten als potenziellen Sexualpartner betrachtet. Wenn diese Begründung richtig ist, kann das genaue Ausmaß der Inzestverbote davon abhängen, was in einer bestimmten Kultur als enge Familie gilt. Grundsätzlich gilt jedoch, dass keine Bluts- oder Anheiratete Verwandtschaft zu einem Eheverhältnis führen sollte. Drei Passagen des Neuen Testaments beziehen sich ausdrücklich auf Ehemänner und Ehefrauen. Epheser 5, 22-33, Kolosser 3, 18-19 und 1. Petrus 3, 1-7. Die Apostel Paulus und Petrus bringen uns hier also klar bei, was das Muster Christi mit seiner Kirche ist. Ehemänner und Ehefrauen sind hier als Teil, als Einheit verstanden, die miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Und wenn wir uns das ansehen, wenn wir uns ansehen, wie all das wie all das quasi geregelt ist. Die Unterwerfung aller Dinge unter Gott und Christus Epheser 1, 22, die Unterwerfung Christi unter Gott 1. Korinther 15, 24-28, die Unterwerfung der Gläubigen unter Gott Jakobus 4, 7, die Unterwerfung des Gläubigen unter die zivilen Autoritäten Römer 13, 1-7, Unterwerfung von Sklaven unter Herren Titus 2, 9, Unterwerfung der Kirchenmitglieder unter ihre Führer Hebräer 13, 17, Unterwerfung der Kinder unter ihre Eltern Epheser 6, 1 und so weiter und so fort. Wenn wir uns dies ansehen, dann stellen wir fest, dass in der Ehe Mann und Frau sich unterworfen sind gegenseitig und sich respektieren sollen. Diese beiden sollen eine Einheit bilden und gegenseitig voreinander Respekt haben und sie gut behandeln. Die Unterwerfung der Ehepartner soll eine Freiwillige sein, ein Ausdruck ihrer göttlichen Unterwerfung unter Gott. Und wenn jemand eine Familie leitet, wie zum Beispiel ein Vater, ein Familienvater, dann soll sich dies an der Liebe Christi zu seiner Kirche orientieren, wie er uns Gebote gibt zu leben und uns vorlebt, wie es ist, wenn man vernünftig lebt. Im besten Fall ist dieses Muster wunderschön und lebensspendend. Es kann aber durch einen tyrannischen Ehemann, durch eine Frau, die kein Partner ihres Mannes, sondern passiv ist oder sich anderweitig umsieht, durch eine rebellische Ehefrau oder durch einen Ehemann untergraben werden. Treue, treue Liebe muss das Herzstück der Ehebeziehung sein. Die Heilige Schrift spricht von der Ehe als einem Bund, dessen Zeuge Gott ist. Malachi 2, 14. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, werden sie von Gott zusammengeführt, Markus 10, 8 und 9. Weder einer der beiden noch irgendein anderer darf das zerstören, was Gott verbunden hat. Das zeigt uns eines. Erstens muss man jemanden heiraten, mit dem man sich wirklich identifizieren kann, mit dem man eine Einheit bilden kann und einen Leib bilden kann. Wenn man sich gut verträgt, wenn man gut miteinander zusammenpasst, wenn man sich selbst im Anderen findet, und wenn Gegensätze nicht trennen, sondern anziehend wirken, wenn es passt, und wenn man sich wirklich sicher ist, dann sollte man den Bund der Ehe eingehen, und man verpflichtet sich somit sich somit der Gründung einer neuen Familie und der Gründung einer Einheit. Das bedeutet, dieses Argument, ja, wir haben uns auseinander gelebt, sollte in einer gesunden Ehe überhaupt nicht passieren, denn man lebt in einer Ehe idealen Falls nicht nebeneinander her, sondern miteinander. Und auch das Argument, ja, da gibt es natürlich dann das paulinische Privileg. Das heißt aber, Paulus ist jemand gewesen, der sich klar gegen die Scheidung gewandt hat, genauso wie es Jesus getan hat. Paulus hat gesagt, die Unauflöslichkeit der Ehe gilt. Das paulinische Privileg zielt einzig und allein darauf ab, wenn ein ungläubiger Ehepartner und Paulus sagt ja auch, Gläubige haben es leichter, wenn sie sich mit jemandem einfinden, der gläubig ist, aber die Einheit kann natürlich auch hergestellt werden, wenn der Ungläubige durch den Gläubigen zum Glauben kommt. Das ist auch ganz klar. Aber Paulus sagt auch ganz klar, die Ehe ist eine Einheit und die ist unauflöslich und das paulinische Privileg zielt einzig und allein darauf ab, wenn der ungläubige Partner dem Gläubigen seine Religion zu verbieten beginnt oder sie zu behindern beginnt, dann beginnt er ja die Beziehung zu Gott zu behindern und dann kann die Ehe aufgelöst werden. Und selbstverständlich gilt da auch, wenn die Ehe missbraucht wird, wenn also ein Mann beginnt seine Frau zu schlagen oder wenn eine Frau beginnt ihren Mann zu schlagen, wenn in der Ehe sich gegenseitig betrogen wird, wenn Kinder misshandelt werden, wenn also unter dem Deckmantel der Ehe Gräueltaten geschehen. Dann löst Gott diese Ehe selbst auf, weil er sagt, ja, das dient nicht mir, das dient höchstens nach dem Satan. Das Evangelium Jesu bietet Gnade für sexuelles Versagen. Nach einer Liste, die sich insbesondere auf sexuelle Sünden konzentriert, schreibt Paulus dazu sehr hilfreich und solche waren einige von euch, Ihr aber wurdet gewaschen, ihr wurdet geheiligt, ihr wurdet gerechtfertigt, im Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 1. Korinther 6, 11. Wir alle sind selbstverständlich von sexuellen Sünden und Begierden gekennzeichnet. Es sei es unsere eigene, was wir gedacht, was wir gesehen, was wir gelesen oder wir getan haben. Im Evangelium finden wir Vergebung und die Freude reingewaschen zu werden und auch noch eine Alternative, wie man vernünftig damit umgeht. Letzten Endes sollte die Ehe die Einheit der Schöpfung in Gott betrachten und Gott somit dienlich sein. Alles andere ist wieder natürlich und gottlos. Gott möchte, dass die Schöpfung eine Einheit in ihm ist und fort besteht. Das und allein das ist der biblische und einzig wahre Zweck der Ehe.